Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat, wassalamu al-rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ich will Ihnen mal kurz etwas aus NTV vorlesen. Und dann möchte ich mal eure Meinung dazu hören, was ihr dazu sagt, was euch dazu einfällt. Was ist für uns als Muslime immer wichtig? Es gibt manche Leute, die erzählen, ja, man soll sich nicht mit Politik beschäftigen, Islam hat nichts mit Politik zu, das ist völliger Schwachsinn. Und der Islam ist eine Religion, die alles bei dir lenkt. Die lenkt bei dir sowohl die Politik, wie du politisch denkst, als auch wie du über das Essen denkst oder was auch immer. Das ist keine, das ist eine, im Gegenteil, wer so etwas behauptet, ja, zum Beispiel man ist zu politisch oder Islam hat nichts mit Politik zu tun, das ist jemand, das ist ein Muslime ist das. Das ist jemand, der versucht, etwas vom Islam wegzunehmen. Ja, wir sagen jetzt, wir haben keine politischen Ambitionen, aber welche Meinung ich habe, das ist eine andere Sache. Die zweite Sache ist, ein Muslim muss jemand sein, der immer wach ist. Der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, war jemand, der wach war. Was meine ich mit wach? Der war wachsam. Der hatte zum Beispiel Leute, die wussten, die rund gegangen sind, die ausgekundschaften haben, was bei anderen los ist. Ja, und das war etwas, was ihm geholfen hat, dadurch konnte er sich vorbereiten auf die Schläge anderer. Bestes Beispiel, Razwatul Khandak, die Grabenschlacht im fünften Jahr. Der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, wusste schon vorher, was das, die Quraysh sich sammeln, mit 10.000 Soldaten auf Medina zu marschieren. Und daraufhin hat er was gemacht, hat er sich vorbereitet und hat einen Graben gegraben, der 12 Kilometer lang war, 5 Meter breit und 5 Meter tief. Warum? Weil er wach war, weil er wusste, was los ist. Und der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, ist unser Vorbild. Und deswegen müssen wir als Muslime auch Leute sein, die wach sind, Leute, die auch wissen, was los ist. Und die Politik in diesem Land oder in der Welt, das muss etwas sein, was uns auch interessiert. Oder das muss auf jeden Fall etwas sein, wo wir einigermaßen Ahnung haben. Wir sollten nicht ignorant diesbezüglich sein. Und ich lese euch mal kurz was vor. Gegen islamistische Radikalisierung. Regierung startet Kampagne. Welche Kampagne denn? Islamistische Radikalisierung ist auch in Deutschland längst verbreitet. Alhamdulillah. Mit einer Kampagne auf Plakaten, in Zeitungen, im Internet sollen vor allem junge Leute angesprochen werden. Was von den bösen Islamisten? Nee, von der Regierung. Auch Eltern und Freunden soll das Gefühl der Rat und Hilfslosigkeit genommen werden. Ja, boah, ist das krass. Ja, okay, auf jeden Fall. Die Bundesregierung startet in der kommenden Woche eine Kampagne gegen die islamistische Radikalisierung jugendlicher und junger Erwachsener. Mit Plakaten, Zeitungsanzeigen und Online-Angeboten sollen junge Leute ihrer Familie und Freunde gezielt angesprochen werden. Boah, sind die Baller, Baller. Erste Zeichen einer islamistischen Radikalisierung erzeugten oft ein Gefühl der Rat und Hilfslosigkeit, betonte das Innenministerium. Dem wolle das seit Jahresanfang eingeführte Beratungsangebot entgegenwirken, das durch die Kampagne bekannt gemacht werden soll. Also die wollen, guck mal, die drehen das so um wie, boah, die Leute, die den Islam annehmen, die stellen einen als geistesgestört da, verstehst du? Guck mal, apropos Gleichsprechung, Religion, alles so, boah, er ist in diese Fänge der bösen Islamisten gekommen, Scientology, er weiß nicht was er machen soll, die Familie, was sollen sie jetzt machen? Die Tochter hat angefangen, Kopftuch zu tragen, guck mal, boah, das ist so krass. Auf jeden Fall weiter. Die Aktion ist Teil der Initiative Sicherheitspartnerschaft, die von der Bundesregierung gemeinsam mit muslimischen Verbänden ins Leben gerufen wurde. Die Aktion ist Teil der Initiative Sicherheitspartnerschaft, die von der Bundesregierung gemeinsam mit muslimischen Verbänden ins Leben gerufen wurde. Wir sind die, wir sind die, die Radikalen sind die anderen. Ja, da gibt es einen Pia Vogel, der sagt, äh, Kopftuch ist, oh nein, ich habe so etwas Radikales, aber auch das sagen nur die Firmen, they hip und das sagen die Gelehrten schon seit 1400 Jahren, aber das ist aber, das darf doch nicht wahr sein. Die Plakate, die in der nächsten Woche zunächst in Berlin, Hamburg und Bonn ausgestellt werden, ähneln vom Mistenanzeigen. Guck mal, die stellen das dar, wie so, uuuh, Vorsicht, die ist da, boah. Der Text lautet zum Beispiel, das ist unser Sohn, wir vermissen den, denn wir erkennen ihn nicht wieder. Wir haben Angst, ihn ganz zu verlieren. An religiöse Fanatiker und Terrorgruppen. Eine Runde mit Kleid, ooooh. So, was sagt ihr zu diesem Text, was fällt dir hierzu ein? Der Vater traurig, wenn deine Tochter nicht mehr mit Minibug rausgeht. Ja, nee. Also das Mädchen, das war so, das Mädchen... Das ist nur eine Beine, kann sie doch zeigen. Papas ganzer Stolz. Papas ganzer Stolz. Guck mal, was meine Tochter schön ist, ja. Ja, ja. Was fällt euch hierzu ein? Habt ihr irgendwelche Ideen? Okay, ich fange einfach mal an. Erstens, das Erste, was mir einfällt zu diesem Text, ist, Alhamdulillah, das ist ein Zeichen dafür, dass wir richtig was erreicht haben. Boah, Bruder, du musst dir mal überlegen. Ach, wegen dieser ganzen Dauer, die vor sechs, sieben Jahren so rausgebracht wurde, ja. Und die wirklich so nach vorne, und auch schon vorher, bevor wir angefangen haben. Aber ich meine, es ging ja dann wirklich so richtig los, Flyer und dies und das. Und dann wurde gesagt, guck mal, es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Guck mal, was wir erreicht haben. Boah, Bruder, wir haben erreicht, dass die sich voll die Köpfe zerbrechen. Das erinnert mich sofort an. Was erinnert mich? Bruder, und dann noch was anderes. Die erzählen immer, ja, das ist nur eine kleine, marginale Randgruppe. Wenn wir doch so eine kleine, marginale Randgruppe wären, ja. Übrigens, wir sind keine Terrorgruppe, nur es wird immer alles in einen Topf reingeworfen. Wir haben mit Terror gar nichts zu tun, wir sind dagegen. Aber überleg mal hier. Eine kleine, marginale Randgruppe, dafür geben die jetzt Millionen Euro aus. Jetzt scheinen die Kranken. Naja. Ja, verstehst du? Guck mal. Und dann noch was anderes. Was sagt Allah im Koran? Das heißt, die, die Unglaublich sind, die geben ihr Geld aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Wie machen die das jetzt? Guck mal, keiner will als Bekloppt gehalten werden, ja. Die stellen jetzt die Leute, die den Islam annehmen, als Bekloppte dar. Die wollen den Leuten Angst machen, sich mit dem Islam zu beschäftigen. Das ist so eine Gruppe wie Scientology. Ja, und dann, was wollen die noch machen? Die wollen das trennen. Ja, es gibt auf der einen Seite die guten Muslime, die den Weihnachtsbaum zusammen zu Hause stehen haben und die Currywurst mit Fritten essen. Auf der anderen Seite gibt es die radikalen Islamisten, die sagen, Islam ist die Wahl. Wir fahren kein Weihnachten, wir fahren kein Ostern, wir fahren noch nicht mit dem Geburtstag des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam. Und wir essen auch kein Schweinefleisch. Auch wenn wir uns nicht mit dem Sprengstoffgürtel vor der Currywurst in die Luft jagen, weil der ja Schweinefleisch verkauft. Verstehst du? Ach, das ist, das ist, Bruder, guck mal. Die wollen die als Kranke darstellen. Das ist mein Sohn, er ist vom Mist. Wir kennen ihn nicht mehr wieder. Es ist ja so traurig. Verstehst du? Und mit wem haben die das damals gemacht? Wisst ihr mit wem? Mit den Zahabern. Sie haben über die gesagt, das sind die Sufa von uns, das sind die Dummen von uns, die Schwachen von uns. Genau das sagen sie heute über die, die hier den Islam annehmen. Guck mal, ach ja, dieselbe Ergebnis. Dann, Geld haben sie ausgeben. Was sagt Allah? Sie werden ihr Geld ausgeben und dann wird es für sie eine Schmach sein und dann werden sie besiegt werden. Und mit besiegt, nur für Kollegen, mit besiegt machen wir nicht, dass wir irgendjemandem wehtun oder was auch immer. Und mit besiegt, meinen wir, dass der Islam sich weiter verbreiten wird. Alhamdulillah. Wir haben keine Lust, irgendjemandem wehzutun oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. So. Jetzt geht's weiter. So. Und da siehst du, wie viel ihnen das wert ist. Bruder, sieht man, wie viel wir erreicht haben. Alhamdulillah. Mit der Erlaubnis Allahs. Bruder, und dann kommen Leute und sagen, ja, guck mal, wir werden attackiert. Du wirst nur attackiert, wenn du was erreichst. Ein toten Hund tritt keiner, der interessiert keinen. Aber hier ist ein Zeichen, dass immer mehr Leute Islam angenommen wurden. Und dann sagen die natürlich nicht, wir sind gegen Islam, die sagen, wir sind gegen Radikalisierung. Ja, wie gegen Radikalisierung? Gegen was für eine Radikalisierung? Wir sind gegen Terroristen. Ja gut, dann ladet mich ein. Es gibt keinen, der dagegen reden kann wie wir. Wir sind nicht für Terrorismus. Oder? Nee. Aber das Problem ist, uns lädt man nicht ein. Weil wir hier nämlich dann sagen, der größte Terrorist ist George Bush. Und dann gucken sie wieder blöd aus der Wäsche. Da ist das Problem. Ja, weil wir können nicht sagen, auf der einen Seite, ja, Muslime, 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 Muslime. Nee, 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 nee. Sondern wir zeigen mal auf alle Seiten. Wir zeigen mal auf diesen Bashar al-Assad, der vorher von vielen Regierungen unterstützt wurde. Wer ist denn im Endeffekt der, der diese Idioten überhaupt erst an die Macht gebracht hat, wie diesen Bashar al-Assad? Verstehst du? Im Endeffekt. Das ist doch alles etwas von der Kolonisation. Wie kann jemand, der vier oder fünf Prozent eines Landes stellt, da in diesem Land, das Land noch beherrschen? Ja, ist doch Fakt. Ja, und alle möglichen Punkte, auf jeden Fall, daran sieht man, was wir erreicht haben. Deswegen, diese ganzen Folklorevereine und Verbände, die sollen sich was schämen. Alhamdulillah, Allah hat uns diesen Erfolg gegeben, dass diese Leute sich so eine Sorge machen. Aber jetzt müssen wir auch handeln. Wir müssen weitermachen. Weitermachen. Und wir müssen damit rechnen, Brüder, dass es weitergeht. Und wisst ihr, worum mich das auch erinnert? Guck mal, zur Zeit des Propheten. Al-Assad, als die Muslime nach Habascha ausgewandert sind, sogar dann noch, obwohl sie ausgewandert sind aus Mekka, bis nach Abyssinien, bis nach Äthiopien, was heute Äthiopien ist, was passiert? Da sind die Kuffar hinterhergegangen. Der sieht den Islam immer als Gefahr. Steht ihr? Aber nur, wenn wir auch was bewegen. Wir bewegen etwas, inshallah. Dann geht's weiter. Die Aktion ist Teil der Initiative Sicher-Partnerschaft, die von der Bundesregierung gemeinsam mit muslimischen Verbänden ins Leben gerufen wurde. Guck mal, muslimische Verbände. Gemeinsam mit der Bundesregierung. Hier müssen sich die muslimischen Verbände mal fragen, was sie erreichen wollen. Die sind ganz stolz. Die haben jetzt den islamischen Religionsunterricht eingeführt. Eben hat mir einer erzählt, seine Tochter hat im islamischen Religionsunterricht, wurde sie gefragt von dem Lehrer, ob sie gefastet hat. Dann hat sie, kurze Zeit später, hat der Vater einen Brief bekommen, dass er, dass die Tochter nicht fasten darf. Ansonsten werden sie an das Schulamt, Jugendamt oder was auch immer. Musst du dir mal vorstellen. Ach, das sind die neuen Islamlehrer. Der andere erzählt mir, eine Islamlehrerin, die hat einen ganz tollen Unterricht mit denen gemacht. Was sie denn in der Disco anziehen, wenn sie am Wochenende in der Disco gehen, sollen sie dann schreiben. Was ziehen wir denn an, am Wochenende in der Disco? Lambiakado heißt die. Was zieht der denn in der Disco an? Was? Hast du die auch gehabt? Ja. In Dienstlagen, die kommt doch aus Münster, oder? Nein, nein, Dienstlagen. Die kommen aus Dienstlagen? Das ist die, die diesen Koran mit Bildern für Kinder machen, die Leute oder gemacht haben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die sehen die Islamlehrer. Und was hat die, was, was hat die... Ja, ich hab die damals gar nicht ernst genommen, also ich hab mit die gar nicht so geredet. Ja, aber die sagt ja, die sagt ja, uns nimmt keiner ernst. Die sagt ja, ja, das sind alles so Radikale, aber der Richtige, die, weißt du, was die denkt? Die denkt, die Muslime hätten die Meinung, die die hat. Was hat sie denn alles erzählt? Erzähl mal, das würde mich mal so interessieren. Würge Allah sie recht leiten oder vernichten. Warum soll meine Frau nicht werden? Ja. Also ich hatte nicht viele, ich hatte Religionszeit zwar, aber so damals, ich hab das alles so ernst genommen. Ja, ja. Ich war ja im Offen und so, die hatte alle Kleiderstücke, wie soll man sowas ernst nehmen? Ja. Und wie soll uns über Religion erzählen? Ja, ja, klar, das ist es ja. Aber guck mal, das ist ja gerade die Taktik. Die wollen solche Frauen bringen, um den Muslimen zu zeigen, guck mal, die Muslimin, die hat voll den Druck in der deutschen Gesellschaft. Auf der einen Seite muss sie arbeiten gehen, ja. Weil ansonsten sieht schlecht aus, mit heiraten wird immer schwieriger, weil leider die Muslime sich das heiraten selber schwer machen, ja. So, jetzt ist dieser gesellschaftliche Druck da und jetzt kommt die Frau, hier guck, ich bin eine Muslimin, ich bin eine Islamlehrerin und ich trage kein Kopftuch. Erstmal, ist es eine Bedingung, Kopftuch zu tragen, Muslimin zu sein? Nein, das ist nur eine Sünde. Dann erzählt sie, nein, das steht gar nicht im Koran. Schwachsinn. Schwachsinn. Natürlich. Und wisst ihr, was das Beste ist? Im Koran gibt es drei Verse bezüglich des Kopftuchs. Und was die machen wollen, ist, die wollen dieses Wort für Kopftuch, ich übersage das jetzt mal als Kopftuch, Jilbab, Chima und Hijab. Dieses Wort, was wollen sie damit machen? Sie wollen das einfach anders übersetzen. Sie sagen zum Beispiel, Jilbab kann auch eine Bluse sein, die den Busen verdeckt. Das ist, glaube ich, Suche 33, vielleicht 59 oder 54, bis das sein. Okay, also auf jeden Fall von Suche 33 bis 50, bis 60, da ist dieser Vers. Versetzen wir mal ein. Hier sagt er, Oh, Prophet, sag deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen sich eine Bluse anziehen. Damit sie als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden. Heißt das, sie sind vor oben ohne rumgelaufen, Herr Ausebillah. Schieß du, Bruder, das ist eine Lüge. Dann kam der Benar raus. Ja, das ist eine Lüge, das ist ja Ausebillah. Ja, so, so, verstehst du. Dann, dass der andere Vers sagt, andere Vers, Suche 33 Vers, nee, Suche 24 Vers 31. Da sagt Allah zu den Frauen, Also, sie sollen sich ihren Chimal über die Kleiderausschnitte schlagen. Weil der Chimal von oben zugewahrt wird nach unten. So, hier ist Chimal. Dann sagen sie, ja, aber es heißt was anderes, es ist nicht damit gemeint. Heißt, sie sollen Busen bedecken. Wieder. Nächste Aussage. Hijab. Das ist auch in Suche 33, ich glaube, Vers 54. Da sagen die, wenn ihr sie was fragt, fragt sie hinter einem Hijab. Dann sagen die, ja, Hijab kann heißen, ja, eine, kann heißen ein Hijab. Aber kann auch heißen ein Vorhang. Und kann auch heißen, eine gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht. So, jetzt pass auf. Erstmal, wenn wir sagen, hinter einem Vorhang, dann sagen wir, welche Funktion hat dieser Vorhang. Ja, da sagt Allah danach, das ist reiner für eure und für ihre Herzen, damit du nicht Begierde spürst für die Frau. Das heißt, sie etwas von ihrer Scham nicht zeigt, oder etwas von ihrer Schönheit nicht zeigt. Dann, gedachte Distanz durch die Schutz entsteht. Wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, so fragt sie hinter einer gedachten Distanz, durch die Schutz entsteht. Wie soll das funktionieren? Elfriede, kannst du bitte die Gabel bringen? Ach, das ist völliger Schwachsinn, ist das. Werfe, nicht bringen. Werfe mal, werfe mal die Gabel. Ja, Bruder, verstehst du? Aber wisst ihr, was das Beste ist? Stell dir mal vor, in allen drei Versen hätte Allah Hijab gesagt, oder in allen drei Versen hätte Allah Hijab gesagt, oder in allen drei Versen hätte Allah Hijab gesagt. Aber Allah hat drei verschiedene Worte benutzt, die in jedem Fall das bedeuten können, was wir meinen, und die müssen es immer mit einem anderen Wort verdrehen. Versteht ihr das? Hätte der nur einmal dieses Wort genannt, verstehst du, hätten die sagen können, ja, das heißt ja dies und jenes. Aber der hat extra drei verschiedene Wörter, weil der wusste schon, dass solche Leute auftreten werden. Dann, kommen Sie mal, das steht ja nicht im Koran. Im Koran steht ja gar nicht Kopf, du stehst, steht im Koran Kopf, du? Ne. Koran ist auf Arabisch, das steht nicht Kopf, da steht Hijab, da steht Jilbab, da steht Chema. Aber, wer so etwas sagt, hat sowieso keine Ahnung von Islam. Steht nicht im Koran. Erstens steht es im Koran, zweitens, also ich meine Jilbab, Hijab, zweitens, es kommt nicht auf Koran, nur an. Es kommt auf Koran und Sunna an. Wenn du sagst, eine Sache gibt es nicht im Islam, musst du sagen, davon steht nichts im Koran, davon steht nichts in der Sunna. Dann tun die immer so wie, ja, wisst ihr, die Männer, die wollen die Frauen benutzen, die haben das für ihre eigenen Zwecke benutzt. Was für ein Schwachsinn. Wenn die Männer es für ihre eigenen Zwecke benutzen, dann sagen die, die Frau muss im Bikini rumlaufen. Dann sagen die, wir wollen, wir wollen, wir wollen schöne Frauen sehen. Ne. Versteht ihr, es ist völlig blöd. Verstehst du, Bruder, gibt es eine Fatima Mernisi, so eine Scheitana aus Marokko, achi, die erzählt das, ja, die Männer, und das wird immer verbreitet von diesen dämlichen Feministinnen. Ja, die Männer zu ihren eigenen Zwecken haben sie die Frau unter den Hijab gezwungen. Achi, ich sagte, ich war früher, na komm, ich will jetzt nicht, ich halb besser, das war ein Thema, achi, aber die meisten Leute, Bruder, die meisten Leute, die sind doch stolz, wenn sie sehen ihre Frau und die anderen gucken, ey, sie ist da, das ist meine, ja, ist doch so, völliger Quatsch, achi, da freut er sich, wenn die Frau, äh, da tackelt, mit den High Heels, Hot Pants, ja, Ausschnitt bis zum Knie, ne, und Sauen bis zum Kinn, ja, ist doch so, da würde der eher, da würde der eher sagen, ja, die müsste sich ein Tanke auf der Straße anziehen, ja, tut mir leid, dass ich das sage, aber wir müssen logisch über die Sachen und offen über die Sachen reden, ist völliger Blödsinn ist das, ja, also, Koran, Sunnah und dann, tun die mal so, das ist was ganz Neues, das gab es früher gar nicht, wie das gab es schon immer, achi, ganz klare Hadiths zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass die Frauen ihre Gesichter bedeckt haben, ganz klar, Sahih al-Bukhari, ganz klar, das kann gar keiner leugnen, achi, da gibt es sogar Bilder von, die gemalt sind, von damals, was natürlich auch eigentlich nicht erlaubt, aber trotz alledem, das ist völliger Blödsinn, ist das, ja, und deswegen, ja, das sind Leute, achi, die haben keine Ahnung vom Islam, achi, die haben irgendeinen Wischiwaschi gelernt, oberflächlich, die können die nichts mit irgendeinem Vers auf Arabisch, geradeaus, vom Koran zitieren, die kommen die nur immer mit irgendeinem Blödsinn, völlig arrogant, keinen Plan von Tuten und Blasen, aber die, total sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, wir hätten gerne ein Model werden wollen, hat man das gekauft, Ach, guck mal hier, was er jetzt hier gerade hat, Koran Islamunterricht soll Kinder vor Salafisten schützen, guck mal, da ist das Ziel, weil die den wahren Islam nicht holen, hier, beginnend mit dem jetzigen Schuljahr erhalten muslimische Kinder in NRW Grundschulen Islamische Religionsunterricht, der Islamexperte Muhannad Korshida von der Uni Münster, das ist ein Islamexpert, sieht islamische Religionsunterricht an NRW Grundschulen als wichtigen Integrationsbeitrag, das Angebot soll auch vor Salafisten schützen, da ist er jetzt ganz, da ist er jetzt ganz stolz, jetzt habe ich was Gutes für Islam getan, damit die, damit die denken, hey, das sind gar nicht alle so Salafisten, die Salafisten sind ja auch so schlimm, was habe ich eigentlich gemacht, habe ich irgendwas verbrauchen? Ich habe noch nicht mal einen Reporter zusammengeschlagen bisher, und das soll was heißen, das ist ja echt ein verführerischer Gedanke, wenn die mal ankommen und dann irgendwelche Lügen über dich erzählen, ich muss ganz offen sprechen, da würde man doch mal gerne so richtig einen auf die Zwölf hauen, oder? Aber haben wir nie gemacht. Warum? Wir sind anständige Bürger. was ist denn hier los? Ja, der Unterricht bietet die Möglichkeit, genau zu verstehen, was ist eigentlich meine Religion? Ja, ja, klar, der Unterricht bietet eine Möglichkeit, die Kinder zu sagen, dass sie eine Religion ist. Fasten, Haram, das ist schädlich. Die, 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 äh, 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 die, äh, gelehrten, die Wissenschaftler, die haben gesagt, das ist schlecht. Das heißt, Allah hat dir was gesagt, was schlecht ist. Boah, ach, wer sowas erzählt, der muss echt zu heiß gebadet haben. Mein lieber Schorri, und dann, aber wehe, du sagst was dagegen. Dann kommen dann nachher noch die Muslime, und fallen dir in den Rücken. Ja, aber du kannst doch nicht reden. Doch, so können wir reden. Über solche Heuschler können wir so reden. Der Unterricht bietet die Möglichkeit, genau zu verstehen, was ist eigentlich meine Religion? Was will eigentlich meine Religion? Auch zu hinterfragen. Hinterfragen, das heißt, ist das wirklich richtig? Gibt es wirklich einen Gott? Hinterfragen. Ist etwa Teil meiner Religion, oder sind es nur Traditionen? Ja, ne, Kopftuch sind nur Traditionen, ne, zum Beispiel. Das ist nämlich der Punkt. Ach, wir, und das ist auch etwas von den bösen Salafisten, zum Beispiel, bei uns gibt es keine Beschneidung, wo der Junge, ja, wo der Junge unbetäubt, ja, irgendwo offen steht, alle gucken dabei zu, wie der beschnitten wird. Das ist eine unislamische Tradition. Das gibt es nicht. und in der heutigen Zeit, wo es gilt, dass man so wenig wie möglich Schmerzen erzeugt. Und wenn es Narkosemittel gibt, dann muss auch bei der Beschneidung, soll man auch betäuben. Erläutert, ja, erläutert, ach so, die wollen uns jetzt beibringen, die wollen den Kindern jetzt beibringen, was ist Tradition, und was ist nur, was ist nur, was ist eigentlich Religion? Deswegen sagen wir zu jedem, bitte, schickt uns, die Materialien, schickt uns, was gesagt wurde. Was ist Religion? Religion ist das, was im Koran und in der Sunna steht, und wo sich die ersten Generationen darauf geeinigt haben. Warum? Weil der Prophet aus der Beispiel, was er sagt, wer von euch lebt, wird viele unterschiedliche Meinungen sehen. Und was ist die Lösung? So haltet euch an meine Sunna, die Sunna der recht kleinen Khalifen. An der Hajjatul Wadah hat der Prophet s.a.w. gesagt, ja, ja, ich habe euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in Irre gehen. Jetzt hier. Guck mal hier, oh, 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 MashaAllah. Junge Menschen sollen in der Lage sein, zwischen Menschenfreundlichen und Menschenfeindlichen Angeboten unterscheiden sie können, sagte Koshid in Anspielung auf Kampagnen von Zedephisten. Das heißt, unsere Angebote sind Menschenfeindlich. Was sind Menschenfeindlich in unseren Angeboten? Kann man es auch noch dabei bringen? Ja, da wird er sagen, ja, dass die Hand abgehakt wird. Der Junge steht im Koran. Was willst du denn dazu sagen? Im Koran steht es drin, dass, wenn einer klaut und, wie gesagt, da gibt es bestimmte Bedingungen für Hand abhat, beng, Ende aus. Wir haben aber noch keinem die Hand abgehakt, Hamdallah. Ziel des Islams ist, doch nicht irgendjemand die Hand abzuhaken. Ziel des Islams ist, Menschen zu entziehen, dass sie nicht stehen. Ich schätze den Bedarf an Islamlehrern bundesweit auf 2.000 und 2.500 Lehrkräfte, davon Nordrhein-Westfalen, 7 bis 800. In 10 Jahren werden wir in Nordrhein-Westfalen den Großteil des Bedarfes gedeckt haben. Das heißt, hier wird eine Kampagne gestartet, wirklich. Kommentare, das müssen wir mal reinziehen, was sie jetzt hier erzählen. Das ist mir sowieso klar. Aber ich möchte mich über den Müll ein bisschen amüsieren hier. Der erste Kommentar ist richtig heftig, finde ich. Soll ich mal? Das dauert ein bisschen, bis der Lädt wurde. Gehen wir mal runter. Da, das erste Kommentar. Ja. Boah, nur Hass. Ja, aber Brüder, guck mal, und das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns hier auch nicht von täuschen lassen. Es gibt viele Menschen auch in Deutschland, die sind ganz neutral. Ja, so die haben keine besondere Meinung, das sieht man auch bei den Islam-Infoständen. Ja, wir reden, aber in diesen Foren wird immer negativ gepostet. Warum ist das so? Weil das meistens in den Händen von Leuten ist, die völlig islamfeindlich sind. Bruder, das sind alles Geistesgestörte, die sind den ganzen Tag nur irgendwo vor ihrem Computer bei PE News, die sind immer von irgendwelchen Türken zusammengeschlagen worden, als sie klein waren. Und deswegen haben die jetzt Hass auf Islam. Bruder, glaub es mir. Bruder, der Sabri, wirklich, der Sabri, der hat mit einem geredet, der bei Pro Köln ist. Er hat gesagt, ja, ich habe mit Türken Ärger gehabt und so, glaub es mir. Und damit mache ich jetzt nicht die Türken verantwortlich, sondern das sind immer noch diese Idioten. Verstehst du nicht, dass jetzt jemand kommt, ja, Pierre Vogel redet über die Türken, glaub es mir. Das ist wirklich so. Achhi, aber das zeigt uns auch, wir müssen uns besser benehmen. Das sind jetzt nur Türken, weil es da in Köln mehr Türken gibt, als andere Ausländer jetzt als Beispiel, ja. Aber das ist halt das, was ich meine. Das sind arme, arme Freaks sind das. Denen ist die Freundin ausgespannt worden vom Arab oder vom Türken und die sind immer zusammengeschlagen worden auf dem Weg zur Schule. Das sind Opfer. Das sind richtige Ohrfeigengesichter, glaub es mir. Die kommen alle mit ihrem Leben nicht klar, das sind fast alles, Bruder, der eine, wenn du den siehst, Achhi, das ist so ein Opfer, der Typ, der hat Haare, Bruder, die sind so fettig, da denkst du, kannst du Brot mit, schmieren, Bruder, ja klar, Achhi, Bruder, guck mal, das ist doch ganz klar, das sind Opfer. Stehst du, die haben Muffensausen, die haben Hass und dann versuchen die irgendwas zu erzählen. Das sind Leute, die ein Brett vorm Kopf haben. Du erzählst denen irgendwas, Leute, ja, aber wer hat denn die Kaffelnuss erfunden? Verstehst du, was ich meine? Ja, ist wirklich so. Aber warum bist du so beleidigend? Ja, ist das vom Islam? Muss man da so beleidigend sein? Ja, diese Leute haben es nicht anders verdient. Die haben keinen Respekt verdient und wir müssen auch lernen, dass wir diese Leute nicht mögen. Punkt. Ganz einfach. Immer Mitleid, mit jedem Idioten haben wir Mitleid. Achhi, das sind Leute, die den Propheten beschimpfen, die hier mit Koranausgaben durch die Gegend gehen und sagen, Spinnereien von einem armen Irren schreiben die da drauf. Verstehst du? Und da soll ich als Muslim soll dann noch sagen, ja, hey, wir müssen aber Toleranz haben. Nee. Ganz einfach. Das sind arme Irre und die werden so genannt, wie sie sind. Guck mal hier. 2000, 2000 für die Verbreitung einer orientalischen Herrschafts- und Expansionsstrategie. Deutschland schafft sich ab. Guck mal, die sind trotzdem noch unzufrieden. Boah, das sind solche Idioten. Boah. Der ganze Isl... Boah, Bruder, komm, ich kann mir da nicht reinziehen, aber die sind mir einfach zu dämlich. So, aber was wir lernen müssen, Bruder, ist ganz klar. Ja, hier wird eine Kampagne gestartet, in den Schulen, auf den Straßen, überall, gegen den wahren Islam. Und die Methode ist, den wahren Islam zu bekämpfen mit der Verbreitung eines Islams, der kein Islam ist. Ganz einfach. So, was können wir jetzt tun? Erstens, ich gebe jedem den Tipp, studieren zu gehen. Ja, wer kann, wer im richtigen Alter ist, er soll Islam richtig lernen gehen. Das heißt, für Leute, die aus Marokko beispielsweise kommen, ist es zum Beispiel sehr gut, es gibt zum Beispiel sehr viele Institute dort, die wir auch kennen, wo man den Koran lernen kann, in zwei, drei Jahren. Und auch andere Unterrichte angeboten werden. Wir können da Kontakte herstellen, inshallah, für Leute, die marokkanischen Pass haben und Arabisch lesen und schreiben können. Ja, und dann, für andere Leute ist Ägypten momentan vielleicht Adresse Nummer eins. Weil es Saudi-Arabien sehr schwierig ist, nach Saudi-Arabien reinzukommen. Ja, aber Ägypten ist offen und Ägypten ist ein Land voller Gelehrter, die richtig nach der Sunna gehen und momentan sind da so viele Leute aus der ganzen Welt am Hinkommen. Wenn du zum Beispiel in Kairo bist, du siehst von Indonesien, von der ganzen Welt, Ägypten ist momentan gleich die Adresse Nummer eins. Gerade weil es da auch Sprachschulen gibt, um Arabisch zu lernen in zwei, drei Jahren, Koran zu lernen, ja. Und wir kennen da auch also, wir haben Kontakt zu guten Sprachschulen dort, wo man halt richtig lernen kann, wo man dann auch danach gucken kann, was man macht, dass man eventuell an der Asaha lernt oder eventuell in andere. Es gibt sehr viele private Institute dort, die sehr fit sind. Und jetzt nach der Revolution haben wir da in Ägypten, achi, und in Ägypten das Schulsystem ist auch sehr gut. Auch von, also wenn man in Privatschulen gehen kann, die sind für manche Ägypter ein bisschen teuer, aber für Leute aus Europa sind die eigentlich ziemlich günstig, diese Schulen. Ich rede nicht von der ganz normalen staatlichen Schule, sondern wirklich von Privatschulen. Die sind sehr gut. Ja, das heißt, weil ich bin der Meinung, man sollte ein Kind etwas vom Islam erzählen, aber man sollte ihn nicht so da rein zwingen, nach dem Motto, dass er nichts anderes lernt. Ich kenne zum Beispiel Schulen in Marokko, da gehen die Kinder rein, bevor die erstmal anfangen richtig andere Fächer zu lernen, müssen die erstmal Koran auswendig lernen. Ja, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass das Kind gerade im jungen Alter Horizonte, dass dem Kind Horizonte geöffnet werden. Das ist die Religion lernt, zur selben Zeit Mathematik, zur selben Zeit, zur selben Zeit halt auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Schule von meinem Sohn, mein Sohn, die waren zum Beispiel im Waisenhaus gewesen, die haben Sachen gebastelt und sowas. Ich finde das sehr wichtig für kleine Kinder. Heute hat er zum Beispiel ein Boot gebaut, fand ich total cool. Meine Oma, die hat einen Teich und mein Sohn, der war bei meiner Oma, Oma Else gewesen und dann hat er dort mit so Plastikflaschen, die hat er leer gemacht und dann hat er Klebeband genommen, hat die zusammengeklebt und dann hat er dort so ein Brett drauf gemacht und dann hat er die auf dem Wasser als Boot also fahren. Also ich fand das total super und das sind alles so Sachen, ich finde das sehr wichtig für Kinder, dass denen viele Horizonte geöffnet werden, auch dass sie andere Sprachen lernen im jungen Alter. Ich finde das besser, das heißt man gibt von allem was, Religion und andere Fächer, ein bisschen Sport und so weiter und so fort und es gibt wirklich gerade auch die Asaha-Schulen in Ägypten, das sind Schulen, wo die Kinder wirklich beides auch beigebracht bekommen wird. Das heißt, die lernen sowohl weltliche Fächer als auch religiöse Fächer und das ist wirklich eine sehr gute Angelegenheit und auch vom Arabischen her ist das sehr, sehr gut. Andere Sache ist was ganz Wichtiges, ganz, ganz wichtig, trefft euch in euren Gemeinden und trefft euch in Wohnungen, trefft euch auf Sportplätzen, trefft euch auf Grillplätzen und macht dort Unterricht oder hört euch gemeinsam Unterricht an und macht euch Notizen dazu, das ist ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Dann die nächste Sache ist, die Koran-Stände, es könnte gut sein, dass die demnächst verboten werden. Aus irgendeinem Grund, die werden schon irgendwas finden wollen, das ist denen auf jeden Fall ein richtiges Dorn im Auge. Wenn nicht, ist auch noch besser, wenn sie es nicht verbieten, aber es ist auch so, dass viele Leute nicht in der Lage sind, die Korane zu bezahlen, weil ich kann ja keinen Koransch mit 100 Koranen machen, ich muss ja schon ein bisschen mehr haben dort, ja. Und die Korane sind zwar sehr günstig, sehr preiswert, aber es ist trotzdem nicht für jeden einfach, zum Beispiel 100 Koranen zu kaufen oder 1000. Kannst du mal die Dings holen, diese Platten, ich will kurz was dazu sagen. Ich will gerade über das Street-Dava-Projekt reden. Ich mache das hier in diesem Video auch und dann mache ich nachher noch mal ein eigenständiges Video. Ja, diese Rohlinge und diese DVDs. Und deswegen haben wir jetzt noch ein neues Projekt. Das heißt, wenn beispielsweise, sollte Koran-Projekt verboten werden oder für Leute, die das sich nicht leisten können, haben wir jetzt noch andere, ein anderes Projekt, was wir anbieten wollen, was wesentlich kostengünstiger ist. Das ist das Street-Dava-Projekt. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Vorträge. Islam kurz erklärt, anhand der Suh-Fatiha. Dann hier Holocaust gegen Muslime. Deutschland 1939, Deutschland 2020. Fragezeichen. Dann hier, Sulh Hudaybiyah, der Friedensvertrag von Hudaybiyah. Dann hier, wer ist dein Idol? Michael Jackson ist gestorben. Dann die Integrationslüge. Dann hier, was hat Allah für dich getan? Dann Surah Al-Ikhlas. Und ganz viele sind des Lebens, das heißt, das sind 50 verschiedene Vorträge. Und wie macht man das? Ihr schickt uns einfach Rohlinge. Hier sind jetzt 16 Stück drin. Wie viel kostet das? Ich weiß nicht genau. Wir haben die DVDs, darf ich mal sehen? Ja, das sind DVDs. Was jetzt passiert ist, jeder kriegt eine Tasche, Kapuzenpullover, da steht auch Street-Dava drauf. Man hat eine Tasche. Eine Tasche, wo Street-Dava draufsteht, das wird dann in Schala bekannt gemacht. Und man hat diese DVDs drin. Verschiedene Themen. Und wie macht man das? Ich schicke zum Beispiel Rohlinge. Ihr sammelt diesen zum Beispiel 25 Stück drin. Ihr kauft euch zum Beispiel welche, ganz billig. Und ihr schickt uns die, und wir schicken die zurück. Und wer einfach nur, wer selber nicht verteilen will, aber der will halt Rohlinge schicken. Deswegen, wir haben auf der Tasche, auf der Seite, wer will das spenden? Bruder, es geht hier um die Religion. Was meint ihr? Stell dir mal vor, jemand, der kauft 500 DVDs. Beispielsweise. Dann haben wir die in der Tasche. Wir drucken die. Wir brauchen jemanden, der den Drucker kauft. Wir wollen keinen, der uns Geld gibt. Wir wollen, dass er selber den Drucker kauft. Ja? Und dann haben wir dies. Und dann gehen wir durch die Straßen. Street-Dava. So, dann spricht man erst mal Muslime an. Wenn man die Muslime angesprochen hat, hey, hier, ich habe eine Frage. Interessierst du dich für den Islam? Und so? Bist du Muslim? Ja. Ah, du kommst aus der Türkei. Guck mal, hast du vielleicht Lust, so einen Vortrag hier kannst du kostenlos haben? Pia Vogel, guck mal hier, das, 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 das. Wenn du hier hast, hast du nicht Freunde oder so, die sich interessieren für Islam? Hast du schon mal mit denen Dawa gemacht? Die zum Islam eingeladen? Dann, ja, weiß ich, ich habe so und so, hier einen Freund, da einen Freund, ja, guck mal, hier, ich habe hier einen Vortrag, der ist vielleicht interessant für dich. Geschenk dem den doch mal. Sagst du, hier hast du ein Geschenk. Hier, was ist Islam? Oder was ist der Sinn des Lebens? Versteht ihr? Auf diese Art und Weise. Versteht ihr? Stellt euch mal vor, jedes Wochenende gehen tausend Muslime durch die Straßen in Deutschland. Sprech erst mal die Muslime an. Weil der Muslim, der hat die Freunde. Verstehst du? Und du gibst ihm die DVDs für seine Freunde, weil das ist einfacher für dich, als den Nichtmuslim anzusprechen. Aber am Ende kommen auch Leute zu, die sprechen dich an. Verstehst du? Gehst du durch die Straßen, sagst du, salam aleikum, bist du Muslim? Ja, ja, ich bin so und so, dies, das, Türke, Chinese, keine Ahnung, ja, hier, guck mal, hast du vielleicht Lust hier, hast du einen Freund oder so, der dich für Islam interessiert? Oder willst du jemanden einladen? Ja, weiß ich, ich habe eine Freundin, und ich wollte eigentlich, hast du schon mit der, aber du weißt, es ist haram im Islam, dann musst du, heirate die doch. Ja, die ist keine Muslimin, hin und her. Ja, komm, dann, guck mal, ich gebe dir mal eine DVD hier, ja, hier ist der Koran das Wort Gottes, dann guck dir das doch mal, dann gib ihr das doch mal, soll ich das angucken? Oder hier, guck dir das mal zusammen mit, mit, mit jemandem an. Der andere sagt, ja, ich bin verheiratet mit einer Christin. Sagst du, guck dir das mal zusammen mit deiner Frau an. Und dann fragst du ihre Meinung. Versteht du? Auf diese Art und Weise können wir Millionen von Menschen erreichen. Unser Ziel ist es, in Deutschland, ja, 83 Millionen DVDs in Schala zu verteilen in den nächsten Jahren. Ja, das ist das Ziel. 83 Millionen. Nicht 83, nicht 830, nicht 8300, nicht 83.000, nicht 830.000, nicht 8.300.000, 83 Millionen. Man muss immer hohe Ziele stecken, ne? Schala, macht mit. Enschaba. Das ist das Nächste, wie wir entgegenwirken. Weil auf der einen Seite wird in der Schule nur noch Schrott erzählt. Jetzt müssen wir erst richtig arbeiten. Das ist ein Projekt, da braucht man keine Moschee für, die Menschen für. Ja, und dieses Projekt, dieses Projekt, Leute, da braucht man keine Moschee für, da braucht man keine Genehmigung für, da braucht man gar nichts für. Da brauchst du nur Füße für. Schuhe, da brauchst du auch noch nicht mehr unbedingt, du kannst auch barfuß gehen. Ja, da brauchst du nur Lust für. Ja, du nimmst hier diese DVDs, was meinst du hier, der, da wirst du der Richtige dafür. Die kosten 7 Euro. 7 Euro. 7,25 DVDs. 7 Euro aus der 25 DVDs. 7 Euro, 8 Euro. Verstehst du, stell dir mal vor, dann gehst du damit durch die Straße, guckst mal, was abläuft. So, und vielleicht gibt es hier noch irgendwo billiger, dann gibt es vielleicht einen, der richtig viele spendet, von diesen, wir wollen kein Geld haben, und dann geht es rund. Dann geht das hier nur noch durch die Straßen. Hey, Anti-Selefisten-Kampagne. Wir sind, wir sind wieder, genau, anstatt, so, das heißt, das ist eine Alternative für die Leute, die immer mit Steinen werfen wollen, die können dann DVDs werfen. Hier, nimm Bruder. Puh, da sind es, was willst du gerne? Ja, ich hätte gerne, ähm, äh, ist der Koran das Wort Gottes? Moment. Ah, warte. Puh, alles klar. Verstehst du? Dann sagen die, die sind auch cool drauf, dann stehen wir so in der Straße, so Frisbee. Entschuldigung. Wollen wir in den Hausbusch reinschießen? Mann, das ist das. Also, äh, genau, der Bruder sagt gerade, wie ist das, wie ist das, wenn man das irgendwo reinwirft, ja? Buskosten. Spricht eigentlich nichts gegen. Spricht eigentlich nichts gegen. Gerade für den Muslim, der vielleicht irgendjemanden einladen will, den er kennt, ich weiß, das rein, aber in erster Linie wollen wir lieber, dass das so verteilt wird, aber es spricht auch nichts dagegen, das in die Briefkästen reinzuwerfen. Ah, Amen, Jesus ist Weihnachten und Gitarren. Kehr من يمشي على قدم باسط المعروف جامعتا صاحب الاحسان والكرم Tage Ressl الله قاطبة صادق الأقوال والكلم وخبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله